Moinsens und herzlich willkommen hier bei der ersten Folge von ja auf dem Weg zum ProSniper ihr habt ja sicherlich schon mitbekommen die Leute die auf Facebook so unterwegs sind habe ich schon mal geschrieben dass ich halt angeschrieben wurde und in der Nachricht stand drin dass ich wohl also warum ich mich Gexy ProSniper nenne wenn ich um doch gar keine Ahnung vom Seibern ab und so und ja das ist und das fand ich eigentlich eine gute Idee hab ich eigentlich eine gute Idee gehabt wie ich finde machen wir doch mal Let's Play versuche mich zu verbessern Snipen allerdings im Battlefield weil in C.O.D. Snipen ne ihr wisst ja wie es ist und deswegen würde ich auch mal sagen starten wir hier direkt durch mit einem erobert auf Golf von Oman und ja ich habe mir vorher schon ein paar kleine Positionen ausgesucht wo man denn am besten von Snipen könnte und ja wollen wir mal schauen was das wird Eroberung Golf von Oman was ist das denn Stavruski ja höre es dir ja schon sehr deutsch an mhm 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 ja ich möchte in 1 Squats ich habe auch vorher mal mit der also ich habe auch schon ein bisschen mit der ähm Sniper Klasse gespielt deswegen habe ich auch schon so ein paar Sachen frei die ich einfach wichtig fand die ich für den Anfang brauche zum Beispiel so ein zwei Bein weil ich habe keinen Bock die ganze Zeit die Luft anzuhalten und das ist dann nicht soo schön ne was da denn oh ja gut jawohl da hat er ja direkt den Spawnpunkt ähm auf meiner Sniper auf meinem Sniper Haus gesetzt wenn ich da jetzt hinkomme will ich mal hoffen ne soo nein nach vorne nach vorne boah sauber ok dann setzen wir uns erstmal auch hier in Spawnpunkt hin hier so ein Aufklärer der dann schön die Fahrzeuge markiert und so und dann wollen wir doch mal schauen was hier geht äh ähm guck mal zuerst mal es hat und das vorne oder das ich gucke auch in die äh am nächsten Mal ja du kannst ja sehr viele kennen mein Freund aber ach der der auch okay da gerade immer Kiera da benutzt so 2 zwei Beine aufstellen Junge Junge so und und da und ja wie oh oh lackiert erfasst der war ja gar nicht mal so schön erinnert Geschiss ach man 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 zwei Beine zwei Beine geht doch so was haben wir denn hier schönes da ist ein Panzer so soll man den auch mal markieren können wir nicht durch die Wand so komm lasst euch mal blicken da war jemand da war jemand ich hab's genau gesehen letztens hab ich sogar geschafft hier einen auf dem Jeep rauszuschießen boah ja der hat mir übelst gefehlt der Junge da kommt das war zu tief nein das war zu tief scheiße wenn das steht nein ich brauch so Mensch du so kleiner Penis mann 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 also das fängt ja super an märz bleibt doch mal stehen ich kann euch doch alle nicht töten so wenn ihr euch geht doch nicht wenn der baum da nicht stehen wir können ich eben umschießen ich dachte ich hätte den baum umgeschossen kommt gibt um jetzt da ist aber jemand kommt durch den baum mensch bleibt doch da stehen er geht immer einen schritt an links angeschossen okay ich kann bis jetzt nichts erkennen lasst euch doch mal blicken da ihr dreckspusser da komm schon schießt doch mal einer den baum da weg da gibt es doch nicht da kommt ein schuss noch als er dann geht da oben da weiß ich das ach ja noch mal da ist ja kommt der sich um also wie ihr seht es ist noch nicht so leicht hier ein paar Spassen zu finden die ehren die man hier auch schießt kann ich glaube da sitzt jemand drin die Gesellschaft da sitzt jemand drauf Junge mit dem Panzer anscheinend die Leiter hochklettern und wie ein Mann kämpfen nein er muss mit dem Panzer schießen der harte also ich will mal jetzt jemanden killen hier so Fallschirm hier einen auf James Bond machen dreh dich doch mal und jetzt nach vorne Gas 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 nein jetzt können wir die ganze Zeit hochklettern naja und wie geht es euch so? da dauert jetzt so ungefähr 20 Minuten nein Scherz aber äh dauert schon sehr lang hätten wir auch einen Aufzug reinbauen können bauen wir alles rein nur einen Aufzug nicht Mensch 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 aber naja muss man halt mit Leben schön so die Stufen zählen während man hochklettert die Tippe die Tippe die Tippe die Tippe jawohl oben Spawnpunkt Settet und weiter so wo haben wir jetzt hier einen? haben wir jetzt? lässt sich jetzt hier ein Opfer auffinden für uns? wo? hier fängt es schon wieder an rumzuschießen ey das sind dahin boah alter Leute ach das ist immer noch der Panzer oder wie dann geht man lieber ein bisschen zurück so ja warum stehe ich jetzt wie auf sich jetzt noch aufstehen so und oh ich dachte gerade alter komm 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 wo haben wir? wo ist der hin? hä? hm hm hat sich wohl in Luft aufgelöst oder 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 nicht hier hat man es nur piepen und so aber wo schießt ihr denn alle hin alter wo seht ihr denn die Gegner ah ich hab da jemand gesehen wo ist er oh auch nö schön den Heli auf uns gehetzt die Sau alter oder auch nicht oder auch nicht so da war grad ein da war grad grad was markiert oh jawohl komm BOMM Headshot gebraucht jawohl logik die 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 das die die gerät jawohl er sagt stored hier die das ist doch subml 8 bei ihm auf der Uhr gucken wie weit wir schon sind 9 Minuten der noch klar wohl noch ein auf dem Punkt ich finde ob ob wo ich mach's kaputt so kaputt jetzt nein nein wo ist denn der Alter oh ja guck deswegen guck mal manchmal guck ich öfters auf dem Spawn und ja den holen wir uns jetzt die Sau der kleine Spacko ey meint da einen auf was weiß ich zu machen das wird er jetzt bereuen dreh dich Mensch 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 und nach vorne Dos 2 Oh 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 O progressive Nein!